Jetzt nehme ich dich mal mit hier im schönen Hamburg auf meine Trockenfastenreise. Ja, ich bin seit 35 Stunden oder 35 Stunden faste ich jetzt trocken. Wenn du wissen willst, was das für krasse Vorteile hat, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn der letzte Punkt, der wird dich auf jeden Fall total begeistern. Und Trockenfasten ist so ein bisschen Saftfasten oder Wasserfasten auf Steroids. Und zwar trinkst du auch nichts, aber der Körper hydriert sich selber. Und zwar nimmt er das überschüssige Wasser von toten, kaputten, kranken Zellen und holt sich da das Wasser raus. Und das Schöne ist, dieses Wasser, das ist ja schon hexagonal strukturiertes Wasser, also das beste Wasser, was der Körper sich vorstellen kann. Noch dazu hast du viel weniger Hunger, denn über Trinken wird ja auch immer wieder Magensäure gereizt und zumindest ich bekomme da immer mehr Hunger. Short ist zu Ende, Wheel bleibt dran.